Hallo Nation, PLEA wird verkauft, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt, zurück zum Thema, dass Ansgar Knauf nach dem Ende seiner Leihe bei Eintracht Frankfurt im Sommer zur Borussia zurückkehrt, wird immer unwahrscheinlicher. Knaufs Leihvertrag mit Frankfurt läuft am Ende der Saison aus, der Spieler blickt derzeit einer ungewissen Zukunft entgegen. Die Eintracht ist daran interessiert, ihn dauerhaft zu verpflichten und es sieht so aus, als hätten sie gute Chancen dafür. Der hohe Konkurrenzkampf um die Plätze im BVB-Kader lässt laut Bild die Chancen von Knauf auf einen Verbleib im Verein in der nächsten Saison nicht sehr hoch stehen. Das Boulevardblatt behauptet, die BVB-Bosse hätten kürzlich mit dem 21-Jährigen gesprochen, ihren Vertretern aber nicht die gewünschte Profi-Perspektive bieten können. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin solche Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.